Jo, willkommen zurück bei World of Warships Wir machen diesmal ein Gefecht mit der Oma Hier mit einem russischen Schiff Ja, ja, haben wir immer gesagt Hier mit dem Gnevi Das russische Schiff Ups Wo ist sie dort nieder? Da habe ich jetzt nicht wirklich gedacht Jetzt bin ich da schnell der Flieger gestartet Unterstützung Jetzt sollte er da mal irgendwie einen Schuss Wichtig haben Ich bin da schon mal her Ich bin da, ich bin da und ich bin da Ich bin da Ich bin da Und ich bin da Und ich bin da Oh, Australia! Ich bin der Riffen. Ich bin der Riffen. Ah! Ja, ich bin der Riffen. Ich bin der Riffen. Ah, der Riffen. Gnevi, die ist weg. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Sie sind nicht alleine. Ich bin hier in die Gaggo hineinfahren. Gnevi ist weg. Es ist nicht geachtet. Oh, je, je, je. Ich fange hier mal ein bisschen zurück. Mein Lieber ist weg. Oh, die stände. Oh, die Brustkirchen. Alle hinterm Psalm Sennhaven. Oh. 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 Oh, oh. Ich weiß nicht, was ich hier ist, was ich hier ist. Ja, sehr gut, was ich hier ist. Ich muss ihn kurz zu dem, was ich hier ist. Nein, das trifft mich nicht. Hoppala, du Schweinebacke im Welthal. Ich bin schon. Ah, ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich habe einen Fremden, ich habe einen Fremden vorgenommen. Oh shit Ah, da muss ich immer brennen. Mann, der Schweinehund. Ah, brennen. Das ist anders als Spocko. Ich glaube, verschlemmte. Da muss aber so richtig Flugzeug dragen. Ja, was brennen die den Karate? Das wäre natürlich Oberscheiße. Upsala. Oh. Irgendwie sehe ich nichts vor der Nacht, oder? Oh, jetzt muss ich jetzt da konzentrieren, oder? Ja, und ich. Ah, doch. Ich wollte es sagen. Ich wollte doch sagen. So. Die Gefahr wäre aufgehoben. Ja. Jetzt können wir doch noch etwas tun. Jetzt können wir sie zichter halten, wie ihr von der Linken sieht, den Oefen, durch die Waren, den Oefen. Ja. Die Längchen ist ganz nieder. Ja, die Phönixen zu bearbeiten. Über die Anten können wir sie jetzt links rauf nehmen. Ja, das ist ganz nieder. Ja, das ist ganz nieder. Ja. Ich bin jetzt da noch. Das war's. Also, ich habe nicht so gut, dass wir den anderen haben. Flugzeugtragerwerke an Wach, gar nicht in Wyoming, New York und Karlsruhe. Oh, Scheiße, die Karlsruhe wird gut. Das ist ein Wachstum. Das ist ein Wachstum. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht gesehen. Fyter ready for takeoff. Dann fyter will takeoff. Oh nein 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 nein! Ich sock dich! Dann wäre ich auch weg gewesen. Die 2 Tabete, also wäre ich böse weg gewesen. Kau zu mir leitet er in New York von Töfflitzer hinter dem Feld zu gehen. Geht er geheppen nach? Nein. Die Phoenix ist da drin. Dann müsste ich da gar nicht geheppen. Jetzt hoppen sie wieder. Geht er. Yo, yo. Das ist ein Scheiße. Ich hoffe, dass er hinter dem Feld ist. Da. Ja. Jetzt kommt er runter. Ich kann runter probieren. Ja. Ja. Dann können wir ein bisschen der Felskopf drücken. Nein, ich habe noch fertig. Scheiße. Scheiße. Das ist immer, wenn du so im Züge drin bist. Äh. Drei Schiffe, so ich liege. Doch, das ist gar nicht leid. Das ist gar nicht leid gewesen. Ja. Achtmal durch. Achtmal in Brand gesetzt. Ja. 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 Das ist auch so ein wenig. Klei-Blend-mässig. Jetzt auch schnell die Schürgarten. Acht Haupttüren. Nr. 112 Meter Streu maximal. Also. Da haben wir wahrscheinlich keine 12 Prozent. Bei meinen HE. Gern abbrechen. Also. Gar nicht leid. Gar nicht leid. Also. Dann war's das diesmal. Und ich sage mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.